Was ist eigentlich Lammbock? Ein Verein für junge Männer? Vielleicht wäre Mehmet Scholl nicht der einzige Mann, dem du einen blasen würdest. Eine neue Verführungstechnik? Jenny hat auch so ihre Vorteile, die da wären. Sex. Eine Restaurantkette? Also die Kunden bestellen telefonisch und wir liefern frei Haus. Haschisch, Marihuana, Rollen, Bioskunk. Ein Unkraut? Alles wächst und gedeiht. Gutes Versteck, trotzdem viel Sonne. Ungeziefer? Blattläuse, Mann, hier sind überall Blattläuse. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich baue selber an, wisst ihr? Lass ihn anbauen. Oder kann man Lammbock etwa rauchen? Ich bin schwarz-weiß. Was bist du? Ja, Zero Zero. Kickt mitunter sogar Zeitverzögert. Ich dachte, ihr habt ja auch Pflanzen drin mit einer Höhensonne. Ey, Mann, wir sprechen hier nicht von zwei Pflanzen im Badezimmer oder so. Für unsere Plantage, da brauchst du keine Höhensonne, da brauchst du eine ganze Galaxis. Allerdings. Hören Sie sich doch einmal, ich gebe den Fangschuss. Willst du nur eben den Kofferraum aufmachen? Meine Routine. Tja, ich kann Ihnen eigentlich auch gleich sagen, was Sie da drin finden werden. Zwei Leichen und drei Kilo Rauschgift. Ich glaube, schließe ich ihn nicht mehr zu betrügen und tappe ich ihn mal im Fremdgehen. Zum Staubsauger. Die Frage nach Ihren sexuellen Gewohnheiten kann ich mir dann ja wohl sparen. Stefan. Moritz bleibt treu. Hast du einen Rauchen? Schön Zero Zero. Okay, jetzt haben wir ein echtes Problem. Amen. My friend. My friend. My friend. My friend. Wir chacun gegen diefinden. Vielen Dank.